Willkommen zur heutigen Ausgabe der Lachstunde mit Julia Glöckner. Mein Gast heute ist kein geringerer als der CEO des holtenbergischen Pharmakonzerns Otto Volker Ackermann. Zunächst aber möchte ich mich herzlich bei unserem Sponsor bedanken, der Holzleimbestatter AG. Die bringen euch unter die Erde. Otto Volker Ackermann. Viel wurde über Sie in den Zeitungen geschrieben und nicht immer Positives. Umso mehr freut es mich, dass Sie sich heute in unser Format trauen und sich unseren Fragen stellen. Herzlich willkommen, Herr Ackermann. Guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Herr Ackermann, Sie haben eine beeindruckende Geschichte. Laut meinen Recherchen stammen Sie aus der ehemaligen DDR, wo Sie auch für die Stasi tätig waren. Kurz vor dem Mauerfall wechselten Sie ins Staatsarchiv. In diesem Archiv kam es wenige Tage vor dem Mauerfall zu einem tragischen Brand mit sogar einem Todesopfer. Sie haben knapp überlebt. Nach der Wiedervereinigung stiegen Sie in die Privatwirtschaft um und wurden schließlich CEO des Pharmakonzerns Rautenberg. Genau dort stehen Sie oft in der Kritik, Herr Ackermann. Laut einigen Fachpersonen und diversen Zeitungen gelten Sie für diesen Job als unqualifiziert. Neulich schafften Sie es sogar auf das Titelblatt des Tiegels als, ich zitiere, Stasi-Offizier ohne Grenzen, wo versucht wurde, Ihre Zeit bei der Stasi zu durchleuchten. Und dennoch hält der Verwaltungsrat an Ihnen fest. Wie kommt es? Wie sehen Sie das? Naja, zum Glück entscheiden immer noch kluge Köpfe darüber, wer das Unternehmen leitet. Und nicht irgendwelche Schmierblätter. Ich halte mich für äußerst qualifiziert für den Job. Wie auch unsere aktuellen Quartalszahlen zeigen. Und was meine Zeit als Offizier betrifft, darüber möchte ich nicht mehr reden. Das ist Vergangenheit. Und die habe ich längst hinter mir gelassen. Die Zahlen sprechen für sich, besonders im Bereich der Benzodiazepine, wo Ihr Konzern Marktführer ist. Wie finden Sie einen perfekten Ausgleich zu Ihrem stressigen Alltag, Herr Ackermann? Sie sehen nicht gerade nach einem Jogi aus. Ich finde meine Ruhe in der Kunst. Kunst beruhigt mich. Mit zunehmendem Alter werde ich immer vergesslicher. Kunst hilft mir, immer den richtigen Weg zu finden. Zu mir selbst und auch zu meinem wertvollsten Besitz. Daneben bin ich leidenschaftlicher Golfer. Einst habe ich sogar eine Partie mit diesem Trump in Miami gespielt. Einige behaupten, Sie seien ein großer Sympathisant des Dritten Reiches und ein heimlicher Bewunderer Adolf Hitlers. Befindet sich in Ihrer privaten Kunstsammlung auch Nazikunst? Haha, das ist genauso großer Unsinn wie alles andere, was die Zeitungen heute so berichten. Aber dass Sie sich für Spionagetechnik besonders aus Deutschland während des Zweiten Weltkriegs interessieren, ist nicht zu leugnen. Immerhin haben Sie der Berliner STM einen wertvollen Familienbesitz für die Dauer der Ausstellung überlassen. Das ist richtig. Neben der Kunst aus Kriegszeiten interessiere ich mich für sehr alte Technik. Die Spionagetechnik hat es mir besonders angetan. Mein Vater hat mir eine alte Enigma-Maschine hinterlassen, die ich der Berliner STM für die Dauer der Ausstellung zur Verfügung gestellt habe. Sie ist zu schön, als dass ich sie der Öffentlichkeit vorenthalten könnte. Wer das Schmuckstück gerne in echt sehen möchte, die Messe läuft noch. Mehr dazu auf www.berlin-stm.com www.berlin-sierra-tango-mic.com Und wer meinen Podcast kennt, der weiß, dass zum Schluss immer noch eine tiefgründige und persönliche Frage kommt. Herr Ackermann, ein Mann wie Sie hat alles. Geld, Macht, Ruhm, wenn auch manchmal angezweifelt. Haben Sie ein Vorbild oder etwas anderes, das Sie antreibt? Ein Vorbild nicht. Aber eine meiner Lebensweisheiten, nach der ich lebe, ist zum Beispiel, wenn wir gewinnen, müssen wir nichts erklären. Wenn wir verlieren, gibt es nichts zu erklären. Herzlichen Dank für Ihren Besuch. Das war sehr spannend. Ihnen alles Gute. Schaltet ein bei der nächsten Folge mit dem Titel Lasst euch nicht verampeln. Zu Gast ist das Wirtschaftswunder Habeck, der über seine Pläne berichten wird, das Flaschenpfand in Deutschland zu erhöhen, um die Altersarmut zu bekämpfen. Das war sehr spannend. Das war sehr zu sagen. Vielen Dank.